Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Wir spielen Quake 3 Arena und sind schon in der neunten Folge. Ja, hier auch die Arena 2 in dem Level 4. Und ich würde sagen, wir fangen mal an hier. Los geht's. Oh. So, wo ist die jetzt? Okay. So, haben wir die jetzt auch wieder. Das ging jetzt gerade schnell. Gut, haben wir sie wieder gekriegt. Ähm, ja, hier ist er. Wieder von der Seite. Nur noch dreimal töten. Gut, na, das geht ja schnell. Oh. Oh. Zum Ende hin hat sie mich nochmal gekillt. Okay. Okay. Ja. Bei sowas habe ich dann keine Chance. Oh. Okay. Okay. Dann haben wir auch das Level geschafft. Und, ja, die dritte Arena. Genau. Wir sind in der dritten Arena angekommen. Und mit dieser starten wir in der nächsten Folge. Also dann, danke fürs Zuschauen und, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.